Dad? Ja? Wieso sind wir hier rausgezogen? Wir haben ein schönes Haus, Reitwege. Was kann man sich noch wünschen? Mir fehlt Mom. Mir auch. Sollen wir uns etwa zum Gespött machen lassen? Du musst hinfahren und da rumspuken. Treib deine Psychospielchen mit ihnen. Naja, was du sonst auch abziehst. Die sollen Schiss bekommen. Ihre Tür ist offen. Ich wollte mal Hallo sagen. Daddy ist ein Undercover-Cop. Nett Sie kennenzulernen, Agent Broker. Ich wäre lieber vorsichtig, Broker. Die Menschen hier sind ziemlich nachtragend. Hey, Sportsfreund, könnten Sie die Zapfsäule freimachen? Bin fast soweit. Egal, was Sie denken, überdenken Sie es. Eine besonders große Fangemeinde haben Sie hier jedenfalls noch nicht. Ich will keinen Stress mehr haben. Sagen Sie Ihrer Tochter, dass sie keine Angst haben muss, wenn sie so einen taffen Daddy hat. Sein Spitzname ist Gator, weiß nicht warum. Was man so hört, hat der Kerl ein Meth-Labor. Ich will nicht, dass sich dieser drogenfahrender Broker in meiner Stadt einnestet. Der Kerl muss weg. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you, Maddy! Maddy! Dad, was war das? Happy Birthday! 인이 noch nicht zu lassen, kein Geil! Auf die Wut! Lass mich los! Lady, los! Dennis! ARD Text im Auftrag von Funk